Bittgebet beim Besuch von Grabstätten O Allah, ich bitte dich um sein Gutes, das Gute darin und das Gute, womit er gesandt wurde, und ich suche Zuflucht bei dir vor seinem Übel, vor dem Übel darin und dem Übel, womit er gesandt wurde. Friede sei mit euch, Bewohner dieser Städte, von den Gläubigen und Muslimen, und wir werden euch, so Allah will, folgen. Möge Allah den Vorausgehenden und den Zurückbleibenden barmherzig sein. Ich bitte Allah, uns und euch Wohlbefinden zu verleihen.